In den nächsten Videos werde ich Ihnen alle unsere therapeutischen Geräte vorstellen. Dazu gehören die Femtosekundenlaser und die Exheimerlaser und noch der Yaklaser. Falls Sie noch zusätzliche Fragen zu den Technologie haben sollten, bitte schreiben Sie uns eine kurze E-Mail und wir werden Sie mit den Antworten selbstverständlich kontaktieren. Bis zum nächsten Mal.